willkommen zu einem weiteren test video hier auf meinem kanal wir machen heute mal weiter mit dem low budget batterie bereich und diesmal von pyrotrade die vampir 2 16 schuss 20 sekunden bei einer gesamt NEM von 192 gramm 25 mm wie gesagt das ding ist schon richtig ordentlich weil das bouquet ist erstaunlich groß für diese kleine batterie ja zwischen 7 und 8 euro sollte die erhältlich seien in deutschland pyrotrade aus österreich hat mit dem vampir 2 wirklich eine schöne erschwingliche fernost batterie mit einer super mischung aus blink und gold effekten am ende noch ein bisschen crackling und blau crackling palmen sind es glaube ich aber da gucken wir drauf schöne effektvielfalt 16 schuss 20 sekunden die vampir 2 von pyrotrade viel spaß so die vampir 2 jetzt bin ich gespannt auch eine low budget batterie heftig zerlegger richtig saftige zerlegger Wahnsinn. Auch eine top Geschichte. Ja, da schauen wir eine an. Also ich staune wirklich, was aus der Vampir 2 von Pyrotrade alles so rauskommt. Ein absoluter Wahnsinn für 25 mm. Überhaupt kein Vergleich zu der von mir zuvor gezeigten Blutgrätsche von Nordlichtfeuerwerk aus der Funke Fabrik. Das war ein Witz dagegen. Ganz ehrlich, für den gleichen Preis. Also der absolute Wahnsinn. Die Pyrotrade Vampir 2 bekommt von mir eine ganz klare Kaufempfehlung. Bis zum nächsten Mal. Ich hoffe es hat euch gefallen. Euer Skylancer. Ich hoffe es hat euch gefallen. Bis zum nächsten Mal.